Und direkt wieder zurück zur nächsten Folge. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Okay. Ne? Gehört. Die große Kette. Wir bewegen die große Kette und wir bewegen... ...die große Kette. Wer haben wir hier? Ach. Ja. Verlangen. Okay, jetzt noch der andern hier. Ah, der ist auch tot. Der Typ hat mich erwischt. So ne Kacke. Was war da? Floating Mc... Da. McDonough. Mcgoneth. Trail Tavern. Oder so, keine Ahnung. Ich hab's nicht so gut mit den Aussprachen. So. So. Motivation nehmen wir mit. Ähm. Nein, da kriegen wir noch nicht was wir gebrauchen können. Oder auf jeden Fall nichts Neues. Hm. Gehen wir. Aber upgraden können wir hier wohl oder übeln nicht. Was? Hm. Die Achtung kannst wir lernen. Das läuft. Hm. Gibt's hier, ja? Könnte ich auch mal, ne? Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich hart. Hilf mir sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Hm. Hm. Nice. Okay, also Kopfschüsse lohnt tatsächlich. Lohnen richtig. Also damit kann man halt wohl oder übel auch One-Heads machen. Blagen, Film. Nehmen wir alles mit. Hier wird gelootet, was das Zeug hält. So. Das ist der und der hat nichts. So. Nehmen wir mit. Hier eine Mission, was um er geht. Nehmen wir auch mit. Das ist wie so ein Little Sister Ding. Hier ist Hulk. Hulk wollte ich nicht. Hm. Niedert hat auch noch was geschmelt. Oder war das eine Faktion? Ach, ich weiß es nicht. Hier was mit Tafi Hilfen. Bam. Ah ja, hier. Ich greffiere drei Spider-Splicer. Okay, ich leg das für mich hinkriegen. Sobald wie wir die nächsten zehn. Wasch kaputt. Ja. Mh. 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 Warte, sieht man die Einblendung unten rechts? Mh. Nein. Gut. Habe ich gerade eine Benachrichtigung von Twitch now gekriegt. Ich weiß nicht. Dass hier jemand gerade zu sehen ist. Ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt gekriegt? Oh, mein Gott. Mh. Rüber geschossen. Mh. 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 Ich will was zeigen. Die keine Leicher so müssen ja noch irgendwo sein, oder? Oder haben... ich weiß ich hoffe es müsste es mit ihm gewesen sein ja so das ist leer waschwecken 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 oder einmal ebenfalls er hat noch sechs dollar das ist nichts weiter Kontaktmine, sind das Minen die bei Kontaktbomben machen oder irgendwo hängen bleiben? Ja gut, dann würden sie wahrscheinlich Haftminen heißen oder Haftpomben heißen oder sowas in die Richtung, wenn ich kasse das hier, ähm, da will ich hier noch nicht hin, Pistole nehmen wir mit, Geld nehmen wir mitgenommen, Schmuggler ringen und anhören, so. Schimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern, aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig, er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Habe ich also richtig verstanden, dass Fontaine der aktuelle Anführer ist, weil, ähm, ach Gott, wie hieß er? Ähm, Dingsbums, bla bla bla, war ja der Gründer von Rapture. Ah, Mann, wie hieß er denn? Moment, kann man hier irgendwo eine vorige Mission einsehen oder sowas? Ähm, Ziele, drei Splicer, aber alte kann man nicht einsehen, oder? Die Welt von Rapture, Körperketoniker, bl 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 bl, E-Fritzer ins Kastenbandzeug, das ist, glaube ich, die Hilfe. Ähm, was tun wir hier? Oh, das ist echt eine Menge. Ähm, Ryan, genau, ne, Andrew Ryan. Ist Andrew Ryan richtig? Ist das der, der nicht meine? Ryan kommt mir auf jeden Fall sofort, sei das der Name, den ich meinte. Aber bei Andrew bin ich mir nicht so sicher. Na. Ich sollte mich vielleicht angewöhnen, die Kamera. Nein, ich bin in die Richtung. Ja. Oh. Okay, habe ich nicht behoffen, dass ich die noch werfen konnte. Hm, ich müsste schon wieder einen Spider-Splicer verpassen. Oh. Habe ich das weggeschossen? Ja, habe ich. So, gut, eh. Oh. Oh, verdammt, da wäre ich fast draufgegangen. So. Schrotz ist auch leer. Äh, nicht leer, andersrum. Voll. Der hat noch ein paar Dollar. 350 Dollar in der Tasche. Schon, ich glaube, die Finanzgrundlage. Ich weiß nicht, ob ich das mal so sagen darf. Hallo. Ja. Jetzt habe ich einen, oder? Das wäre jetzt ein A-Wert. Immer noch ein C. Ähm, ich wäre mir lieber, wenn da jetzt wieder gehen würde. Oh, nein. Jetzt ist es auch häufig. Ich komme dem Weg zurück zu dem von Seen Fischer hinzumachen. Wo? Habe ich nicht? Oh. Okay, sieht nicht so, ob ich da aufstehen würde. Ob da eine coolen Sache? Coolen Sachen. Coolen Sachen. Ach, noch mehr Bibelkrempel. Hm, Kontaktmine. Spruchflinte. Schmerzbrechen. Eine Kiste. Ein Safe. Den können wir gleich mal gucken, ob wir den können. Oder es gleich mal versuchen. Na? Okay, da kann man nicht reingucken. Da auch. Na, gut, eigentlich. Gucken wir mal, ob wir den Safe knacken können. Hm, hier noch mehr. Evidenz. Äh, ich weiß gerade nicht genau, wie man das versetzen müsste. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das irgendwas ist, was nicht ganz erlaubt ist. Okay, versuchen wir das mal zu retten. Oh, das ist sehr schwer. Äh, ich brauche irgendwas, was runterführt. Irgendwas ganz schnell was runterführt. Hier. Um das Herz zu verschaffen. So, weiter runter. So. Lang. Lang. Das ist so schnell, das ist so schnell, das ist so schnell. Äh, und da zur Seite. Wow. Ja. Und was kriegen wir? Komm. Panzerbrechen, AMG, 3 und Schaschrot. Die Spitte. Dann folgen wir wieder unseren Super-File. Super-coolen. Swaggy-File. Ich würde jetzt hier rein. Hm. 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 Ich müsste mir wieder angewöhnen, Laptar zu reden. Ich fange wieder an, alles in mich rein zu nuscheln. Dem werden wir gehörigst aus dem Weg gehen. Abend, Gentleman. Nur rein sich als Halber. Ich glaube, ganz entspannt an ihm vorbei. Ich komme auch zu einer Little Sister nicht zu nahe. Oh, mal sehen. Was war das? Achso. Hat der das nicht repariert? Was ist denn da? Huch, da. Ach, da. Wie meine hier Kapriolen, das ist ja der Lübbel. Ähm. Achso, aber dann. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je. Hey, wie blöd kann man eigentlich sein? Hm. Ja, danke Schiengerecht nicht. Oh Gott, ich hoffe, ich habe den Daddy nicht erwischt. Oh. Ganz eins. Oh, blingelöst. Moment. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Mensch, ganz schön, ich schiebe auf, München, liebe Dame. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, dann mal wieder hier auf. Bumsch. Ne? So, kacke. Ich habe gerade für sie nicht zu viele Medipacks genommen. Ne? So. Da ist ein Big Daddy. Wir gehen wieder ganz entspannt vorbei. Bleiben wir mit der Sister weg. Bleiben von der Little Sister weg. Alles cool, Bruder. Bruder, toll. Da war ich auch schon mit dem Absolut-Ghetto-Slang. Oh Gott, ich hasse das. Noch einer. Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Die Wanderschaft der Big Daddy? Ich glaube, das Spiel ist irgendwie ein bisschen darauf eingestellt, dass die Leute versuchen, die Big Daddy anzugreifen. Scheint mir zumindest gerade so. Da ist hier nämlich sehr viele, die am rumlaufen sind. Wo ziehe ich denn an? Ach, hier dann. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter. Hier ist gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Guten Tag. Der Little Sister hat einen Schlepptau. Schlepptau. Ne, hat er nicht. Ja. So. Los. Besprich doch mal zu Ende, Junge. einfach so zu verschwinden die haben immer wirklich kisten bei sich die aber immer leer sind komisch medistation haben das geld ja hier wieder die perfekte übereinander gelegten stricke tau ich glaube das müssen tau sein wobei ich nicht die genaue definition von tau kenne bei 1000 eigentlich immer relativ lang ist das vielleicht einfach nur ein seil ich weiß es nicht wenn du es wissen solltest oder dir die mühe machen möchtest es mal zu googeln schreib es ruhig in die kommentare hier auf jeden fall ganz nett zu wissen die war gerade schwer auszuhören was sie sagen bei dem sieg die summende spicer weiblein und die typen die hier im kuck kuck kakelen waren das ganze ein bisschen schwer gemacht haben ich glaube ich nehme Wählen Plasmid aus und das zu dem so im Entsperrtenklaut installiert werden soll. Ähm. Ich habe das benutzt. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ähm, toll. Okay, ich habe nur noch 80 davon. Das heißt, ich kann sich... ...irgendwann wieder mal mit einem Big Daddy anlegen. Aber cool, jetzt habe ich die schon 30. Äh, hier ist ein Darm. Die Alte, die hier am Rumsurren ist. Kommt die mir krumm, oder? Ist die da relativ entspannt. Oder wo ist die überhaupt? Hm. Ich konnte nicht lesen, was da stand. Hoffen wir einfach mal, es war nicht wichtig. So. Ich habe schon lang nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft? Oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den t-t-tisch mit dem feinen Tafelsilber. Okay. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch ein Rat. Oh, ein neues Tonicum gefunden. Hackerfocus. Hackerfocus, ein weiteres beliebtes Gen-Tonicum der Hackers-Hack-Smart-Produktpalette. Entschärft-Pfeil in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durch Schmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Okay. So. Und die Ibspritze, die wir nicht verwenden können. Gut, dass wir gehen. Genau, wir haben hier gern so. Sicherheitssender. Zorn, okay. Ich glaube, ich würde... Ich würde wohl... Ich glaube, ich hätte gern mal hier einen Zorn drauf. Einfach nur mal, um es... ... damit zu experimentieren. Waffen durchschicken. Und die Rohrzeichen darf ich behalten. Und die sind auch schon relativ fuchtig. Also zumindest nicht grad wenig. Oh, wir sind bei 20 Minuten. Dann bis zur nächsten Folge. In der wir dann klären, wie es hier weitergeht. Und tschüss.